Gleis 11, Einfahrt RB61 von Dieburg, Ankunft 15.01 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu RE5 nach Bebra über Frankfurt am Main Süd, Abfahrt 14.18 Uhr, heute ca. 40 Minuten später und von Gleis 10. Ich wiederhole RE5 nach Bebra über Frankfurt am Main Süd, Abfahrt 14.18 Uhr, heute von Gleis 10. Grund dafür ist eine behördliche Maßnahme. Main Süd, Departure 14.42 Uhr, Delay today by about 30 Minuten. Due to a delay in a previous journey, we apologize for any inconvenience. Information on RE5 to Bebra via Frankfurt am Main Süd, Departure 14.18 Uhr, Delay today by about 40 Minuten. And from Platform 10, I repeat RE5 to Bebra via Frankfurt am Main Süd, Departure 14.18 Uhr, Today from Platform 10, Today, this is due to government restrictions. We apologize for any inconvenience. RE5 to Bebra via Frankfurt am Main Süd, Abfahrt 14.18 Uhr, Delay today by about 40 Minuten. News ausれないes Meer knapp zu ryzenin ab와, онирann presidential Mai Süd, Abfahrt 13.18 Uhr, Wasiosin Lenk Hexi 3at 2,.19 Uhr, Delay today by about 35 Minuten. We apologize for any inconvenience. Information zu RB 68 nach Wiesloch-Walldorf über Darmstadt. Abfahrt 15 Uhr weg fällt heute aus. Grund dafür ist eine behördliche Maßnahme. Wir bitten um Entschuldigung.